Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding. Finde ich eigentlich ganz sexy. Aber super womanartig. Ist ja schon ein Schmarrn, Gabi. Jetzt sind wir dafür auf die Straße gegangen. Wie sieht denn deine Tochter aus? Verschleiert die sich jetzt? Ach, Kind, du siehst so arabisch aus. Jede Verschleierung ist eine Attacke auf uns. In unserer Kultur zeigt man sein Gesicht. Hast du ja jetzt Support bekommen. Also mir tut mir total leid, das sind einfach nur Opfer des Patriarchats. Definitiv. Da weiß man ja überhaupt nicht, ob du überhaupt rein darfst ins Frauenbad. Wann ist denn eine Frau eine Frau? Und da geht ja der Wackelpeter. Und das findest du jetzt lustig, ja? Ja. Mein Körper ist mein Tempel. Komm, das sind doch alles alte Kamellen. Mein Körper gehört mir. Was soll denn, dass ihr dann hier alle im Club kenne? Man kann da leider nichts machen. Wir wollen uns fertig machen. Jetzt beruhig du dich mal, das sind Kartoffeln. Das ist wie der Pferdekopf bei der Mafia. Zeig jetzt, greif endlich einmal durch. Wofür bezahl ich dich denn eigentlich? Genug ist genug. Ich lass mich von euch nicht mehr hin und her schubsen. Ich kündige. Wir haben unsere Steffi verloren. Verlassen Sie sofort das Bar. Und hier machen wir die Regeln. Ist das ein Mann? Toll, dass wir dich so schnell gefunden haben. Was machen Sie denn hier als Mann, ha? Ganz ruhig. Ich bin Post-Gender. Sie sind bei der Forst. Du hast den Kerl hier angeschleppt? Was ist denn das für eine unfeministische Scheiße? Das Freibad ist meine Familie. Ja. Los. Sag mal, bist du auch aus der Schweiz? Ja. Und du? Wir sind Flüchtlinge aus der Schweiz. Flüchtlinge? Ja. Seit dem Burgenverbot können wir in der Schweiz noch nicht einmal mehr über die Strasse laufen. Schönes Tag noch. Ja. Püppi, redest du mit der Arabisch? Fernsehfass. Püppi, redest du mit der Schwung. Spannende Musik. Läge Musik.